Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es mal wieder ein Bonsai Update. Und zwar von dem Bonsai, den ich ja... Ups, ganze Tischdecke verzogen. Und zwar zu dem Bonsai, den ich ja selber gezogen habe hier. Mittlerweile, der ist jetzt eingepflanzt und da hat er auch ordentlich Blätter bekommen und sieht jetzt so aus. Ja, also ist gelungen, würde ich sagen. Ja, der Bonsai, aus dem ich den gezogen habe, ist gestorben. Keine Ahnung warum. Also der war nicht zu feucht, der war aber auch nicht zu trocken. Aber es lag wahrscheinlich daran, dass alle Pflanzen, die ich von meinen Großeltern bekommen habe, alle gestorben sind, nachdem meine Großeltern gestorben sind. Also, ey. Und wir machen heute in diesem Video aber noch was anderes, außer uns diesen tollen Bonsai hier anschauen. Denn wir wollen heute auch Bonsais wieder züchten. Aber, was anderes, denn ich habe hier von an dieses Set zu Weihnachten bekommen, wo du, ja was steht hier drauf, Bonsai Starter Kit inklusive Gewächshaus. Also, wie man hier hinten schon sieht, du hast so ein Gewächshaus dabei, wo man das wirklich braucht. Keine Ahnung, den habe ich ja auch ohne Gewächshaus gezüchtet. Und, ja, wir gucken uns dieses Set heute mal an. Hier sind zwei verschiedene Bonsais drinne. Ein Zwerggranatapfel. Miniaturbäume für zu Hause. Ah ja. Da. Und da ist halt die Samen. Und da ist eine Webseite, da könnt ihr euch die Samen, glaube ich, kaufen. Also, viel Spaß dabei. Hat er das fokussiert? Ich sehe das nicht. Fokussiere. Ach, scheiß drauf. So. Und der zweite Bonsai hier drinne in diesem Set ist ein afrikanischer Blauregen. Miniaturbäume für zu Hause. Ja. Achso, ja gut, das kennen wir schon. Da. So soll der aussehen. Und da sind die Samen. Warte mal. Hab ich von dem... Leute, ich habe einfach von dem Zwerggranatapfel mehr Samen bekommen. Und da haben wir unsere Schale. Also, ja, es ist halt eine Schale. Und irgendwie muss ich hier jetzt so ein Gewächshausdach rauskriegen noch. Ah ja. Gut, das ist unser Gewächshausdach. Und da haben wir jetzt diese Kokos... Ich glaube, das sind Kokospads drinne, wo wir die drauf einpflanzen können. Fokussiere! Doch! Das ist doch nicht fokussiert. Keimdauer 1 bis 5 Wochen. Das ist ein großer Abstand. Das ist zwischen 1 und 5 Wochen. Also, ja... So, zack. Samen Nummer 1. Warum schlimmst du oben? Sind Samen gut, wenn sie... Ah, nee, jetzt ist er untergegangen. Perfekt. Und Samen Nummer... Ey, 2. Der ist sofort untergegangen. So, also, diese hier lassen wir jetzt... Das ist übrigens unser Zwerggranatapfel. Das lassen wir jetzt für 12 Stunden in diesem Wasser stehen. Und den afrikanischen Blauregen, den lassen wir jetzt für 24 Stunden in dem Wasser stehen. Und, ja... Weil mein Bruder der Meinung war, er müsse zur selben Zeit... Ich habe mich übrigens gestern schon angemeldet, dass ich das Wohnzimmer hier brauche zum Aufnehmen um die Uhrzeit vorhin, ja... Er müsse zur selben Zeit, wie ich hier aufnehme, Lautmusik anmachen und im Wohnzimmer trainieren. Also, direkt neben der Kamera. Und, ja, ich habe da so ein Problem dann mit Gema und so und, ach, gar keinen Bock darauf. Jedenfalls, was ich vorhin gemacht habe, was ihr da gesehen habt, wenn ich es nicht nachvertont habe, dann hier nochmal eine Zusammenfassung. Ich habe diese Kokospets hier gewässert und jetzt sind die... Perfekt, jetzt sind die groß geworden. Und ich habe da den Samen eingepflanzt von unserem Zwerggranatapfelbonsai. Genau, und jetzt machen wir hier, man sieht das da auch, ich habe das sogar perfekt beschriftet. Jetzt drehen wir das ganze Ding um und da sieht man noch Pads, die noch nicht in Wasser getaucht sind und wo auch noch nichts drin ist. Und da kommt jetzt nämlich unser afrikanischer Blauregen rein. So. Prost, ne, kleiner Shot. Hier, die zwei Samen sind irgendwie noch gar nicht gekeimt, genauso wie da, warum auch immer. Wo habe ich denn diesen... Ah ja, da. So, wir können ja hier mal einen rausheben. Da sieht man den Samen und irgendwie ist da noch gar nichts passiert. Achso, nebenbei mal, wie findet ihr eigentlich dieses Lichtsetting da so hier um mich rum? Also irgendwie ist jetzt wieder das Blau ganz schön stark. Da sollte eigentlich hier noch von der anderen Seite ein bisschen mehr kommen. Ja, wie findet ihr dieses Lichtsetting hier so ein bisschen dieses Lila, ne, so und hier so ein Blau, so, ja. Aber ich finde es eigentlich ganz nice. Schreibt es mal in die Kommentare. So, das Wasser hier ist jetzt schon eingezogen. Das heißt, mehr Wasser. Das muss nämlich schön hochkommen. Also nicht mehr Wasser, aber mehr Wasser. Diese Pads müssen nämlich groß werden. So, ich würde sagen, wir können da mal hier anfangen, die Dinger jetzt reinzusetzen. Also ich nehme hier mit meinem... Natur-Etikett steht eigentlich drauf. Nehme ich mir hier so einen Samen und stecke das da mal rein. So, Samen Nummer 1 und bedecke den hier so ein bisschen. Achso, ne, ich muss den hier 1 cm tief in die Erde drücken. So. Ist das richtig? Das ist der Richtige, genau. Der ist jetzt 1 cm tief drin. Und jetzt machen wir das gleiche mit unserem zweiten Samen. Zack. Den drücken wir auch ein bisschen rein. Wir haben ungefähr auch einen Zentimeter. Bedecke den so leicht mit Erde. Ich denke mal, dass ich den mit Erde bedecken muss, weil da steht nicht, dass ich es nicht tun soll. Und bei dem anderen stand, dass ich es nicht tun soll. Und deswegen bedecke ich den jetzt mit Erde, weil da steht ja nicht, dass ich es nicht tun soll. Das sind jetzt unsere 2 Samen. Mal sehen, was daraus wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in einem halben Jahr oder so wieder, wenn ich das nächste Video zu dem Bonsai rausbringe. Also das nächste Bonsai-Update-Video. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ich sonst noch bei Colin im Garten machen kann. Außer jetzt hier meine Bonsais. Also falls ihr mal irgendwie Themen habt oder so, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich mache das dann, wenn ihr Bock dazu habt. Und jo. In diesem Sinne. Abonniert mich, kommentiert Kommentare, liked das Video. Und liked auch meine anderen Videos. Ich mache jetzt hier noch, zack, diesen Deckel drauf. In diesem Sinne, klappt mal das hier noch einmal hoch. So, jetzt ist da ein bisschen luftoffen. Vielleicht auch einfach zu, dann ist es wärmer da drin. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, kommentiert die Kommentare, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Liked auch meine anderen Videos, wenn ihr die toll findet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, irgendwann in zwei Wochen oder so, wahrscheinlich mit, ich hab bis jetzt noch keine Ahnung, was ich da mache. Aber es wird geil, hoffe ich. Okay, gut, wir sehen uns bis dahin. Tschüss. So, jetzt ist mein Schnapsglas alle. Das ist jetzt kacke. Ich wollte doch einfach nur den Schnaps trinken an einem Sonntag. Wenn ich morgen schon wieder arbeiten muss, dann... Ah, nee. Okay. Ja. Ja.